Ich habe im Monat Juli mit Move to Earn 71,32$ verdient. Auch wenn das ganze Wetter sehr verregnet war hier im Norden, ich war täglich unterwegs, weil entweder spazieren oder sogar joggen, Hauptsache ich sammle meine Schritte für meine jeweiligen Move to Earn Apps. Tatsächlich muss ich sagen, dass dieser Monat sehr turbulent war, was die ganze Wirtschaft hinter den Projekten anging, denn zum Beispiel Walken und Fitburn hatten sehr, sehr mit ihrem Token zu kämpfen und sind stark abgestürzt. Was genau dahinter steckt und welche Pläne diese Projekte haben, plus in welches neue Projekt ich jetzt eingestiegen bin. Ich spoiler schon mal, steppen und warum. All das werden wir in diesem Video besprechen. Das heißt auf jeden Fall ein sehr interessanter Monat Recap, aber auch Aussicht, wie wird es im nächsten Monat weitergehen. Freunde, ich freue mich auf jeden Fall auf das Video. Let's go! Eieiei, Freunde, was soll ich sagen? Was für ein verregneter Monat und das im Juli. Eigentlich müssten noch alle Projekte so richtig, richtig gut performen, aber es gab tatsächlich den einen oder anderen Tag, wo ich mir wirklich die Frage gestellt habe, in welches Projekt kann man jetzt überhaupt noch investieren? Welches Projekt ist überhaupt aktuell noch rentabel? Wichtig an dieser Stelle ist immer, dass man auf jeden Fall rational bleibt, sich nicht von seinen Emotionen leiten lässt, nur weil er gerade mal wieder ein Projekt irgendwie innerhalb von einer Woche minus 30% hingelegt hat, sondern tatsächlich bei seiner Strategie bleibt und jetzt nicht zu panischen Verkäufen leitet, sondern vielleicht sogar genau andersrum denkt, hey, ist das nicht gerade eine richtig gute Option nachzukaufen? Und genau das habe ich zum Beispiel bei dem Projekt Walken gemacht, worüber wir gleich zu sprechen kommen. Des Weiteren haben wir das heiß diskutierte Burn-to-earn-Projekt, und zwar FitBurn. Viele aus meiner Community haben gesagt, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, steige ich jetzt mit einem NFT-Shirt ein oder nicht? Ja, die Einstiegsbarriere ist hier immer noch recht hoch, aber die Frage grundsätzlich an das Investment wird hier ein wenig angezweifelt, denn der Token kennt ganz klar nur eine Richtung, mehr aber auch dazu, denn auch hier wird nochmal ein sehr, sehr spannendes AMA jetzt in den Tagen folgen, worauf ich ebenfalls gleich nochmal eingehen möchte. Und zu guter Letzt habe ich in diesem Monat den Schritt gewagt, wieder in Steppen einzusteigen, das heißt, ich habe nochmal nachinvestiert, meine Gründe hierfür werde ich auch euch am Ende nochmal zeigen. Ansonsten möchte ich euch jetzt ganz offen meine Einnahmen und meine Ausgaben zeigen und darunter dann einen Bilanzstrich ziehen, wie viel jeweils in dem Projekt in diesem Monat rausgesprungen ist. Falls sich einzelne Projekte nicht interessieren, ich habe das Ganze hier unten mit Kapiteln, Timestamps versehen, das heißt, du kannst hier auch, wie du möchtest, in deine Lieblingsprojekte rein skippen. Und damit würde ich sagen, Freunde, labern wir gar nicht weiter rum. Wenn du gespannt auf meine Bilanz bist, dann gib mir auch gerne schon mal einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir starten jetzt komplett rein. Kommen wir also auch schon wahrscheinlich zum heißesten Projekt und zwar Walken. Was soll ich sagen, im einen Monat minus 63% im Token, das ist wirklich ziemlich krass. Der Hintergrund ist hier ganz einfach, das Entwicklerteam wollte die Wirtschaft retten, hat somit ein paar Justierungen am Gameplay gemacht und damit tatsächlich die Community sehr, sehr verärgert, denn man muss tatsächlich jetzt beim Weiten mehr reinvestieren und man bekommt auch deutlich weniger an Tokens ausgeschüttet. Am Donnerstag, dem 3.8. soll jetzt nun ein großes AMA mit dem Entwicklerteam anstehen, wo jetzt nochmal über all die Probleme gesprochen werden, tolle wichtige Ausblicke für die Zukunft uns versprochen werden. Ich meine, insgesamt hat das Team eigentlich ihre Worte immer ganz gut eingehalten, aber ich glaube, das Team ist jetzt sich selber bewusst, dass sie hier wirklich kurz vor der Klippe stehen und sie unbedingt irgendwas abliefern müssen. Und ich denke mal, so ein AMA ist jetzt die Hoffnung, dass man insgesamt die Community wieder ein bisschen zusammenbekommt, denn sehr, sehr viele haben dem Projekt Walken den Rücken zugedreht und sind stark verärgert. Nichtsdestotrotz, ich habe tatsächlich in diesem Monat noch zweimal nachgekauft gehabt. Das heißt, ich habe diese brutale Zeit genutzt, hier nochmal nachzulegen und mein Portfolio für Walken ein wenig auszubauen. Das heißt, wenn das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen wieder Auftrieb nehmen würde, dann wäre ich hier auf jeden Fall gut aufgestellt. Schauen wir uns das Ganze noch einmal genauer an. Wie ich schon gerade eben sagte, ich habe zweimal nachinvestiert und zwar bei zwei Preisszenen. Ich habe einmal bei 0,02 Dollar 50 Dollar nachgelegt und dann sind wir ja nochmal so richtig abgestürzt auf 0,01 Dollar, also nochmal 50 Prozent verloren. Und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt wirklich nochmal so ein tiefes Preisziel. Hier werde ich nochmal 50 Dollar nachlegen. Das heißt, ich habe 7500 Tokens nachgekauft und diese auch tatsächlich direkt in NFT-Cathletes nachinvestiert. Meine Einnahmen hingegen sehen eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ich mache immer ein 125 Walken pro Tag, was auf den Monat 3.750 Tokens sind. Anfang des Monats wären das jetzt noch knapp 3 Euro pro Tag gewesen. Jetzt aktuell befinden wir uns noch bei 1 Euro und ich muss auch tatsächlich sagen, auch diese Token habe ich nochmal wieder reinvestiert. Das heißt, ich sage jetzt, ich cache nicht aus, wenn der Token sowas von am Boden ist, sondern das ist der Zeitpunkt, wo ich das Ganze auch nochmal wieder reinstecke. Kommen wir zu einer ganz simplen Bilanz. Minus 100 Euro im Projekt Walken. Beim nächsten Move-Turn-Projekt, über welches ich rede, brodelt, ist so richtig in der Küche und zwar ist es Genopads. Freunde, ihr wisst, es ist Genopads mein Lieblingsprojekt, denn ich finde wirklich einfach die Idee genial, die sie hier versuchen umzusetzen. Wenn das Ganze klappt, dann könnte das wirklich hier das Nummer 1 Move-to-Turn-Projekt werden. Wie ich jedes Mal sage, es dauert alles noch seine Zeit, aber wir sind auf der Roadmap auf jeden Fall fleißig dabei. Demnächst kommt das In-App Augment Recycling, dann In-App Purchase und dann final das Step Battle. Und ich denke, wenn das Step Battle final released wird, dann wird es hier auch nochmal einen richtig schönen Hype geben und das wird man dann auch, denke ich, sicherlich in den Tokens und in den NFTs merken. Dazu muss ich aber sagen, zeitlich gesehen wird das jetzt aber auch sicherlich nicht in den nächsten Wochen passieren, sondern eher tendenziell in den nächsten Monaten, sprich wäre in diesem Falle mein Tipp Richtung Q4. Tatsächlich aber einmal ein Blick hier auf den KI-Token, sieht das Ganze gar nicht so schlimm aus. Wir sind jetzt aktuell am Minus von 15% bei 0,0047. Mein Investment für den Monat Juli ist hier sehr ruhig, das heißt 0 Euro. Überlege aber tatsächlich, ob es jetzt hier nochmal Zeit wird für mich, ein Genesis Genopad zu kaufen, denn sollte das Ganze hier wirklich eines Tages mal explodieren, dann wäre es auf jeden Fall sehr, sehr cool, solch ein Genesis NFT zu besitzen. Meine Einnahmen sind weiterhin sehr beständig, ich habe ja mein NFT-Habitat vermietet und ich muss sagen, ich bin weiterhin super happy damit, denn die Person benutzt es wirklich jeden Tag und damit erhalte ich insgesamt für den Monat 1680 Token, was umgerechnet 7,90 Dollar sind. Und dann kommen wir auch schon zum Brandheisen Burn-to-Earn-Projekt, Fitburn. Letzten Monat frisch eingestiegen mit einem NFT-Shirt und seitdem ist es wirklich ein heiß diskutiertes Projekt in der Nikoi-Community. Viele von euch sehen ein unglaubliches Potenzial in diesem Projekt und finden einfach grundsätzlich die Idee hinter diesem Projekt cool, dass man halt ins Gym gehen kann, Kalorien verbrennt und dafür halt mit Tokens belohnt wird. Diese Tokens wiederum dann in dem eigenen Shop für Supplemente, Klamotten oder zum Beispiel andere coole Sport-Gadgets, wie zum Beispiel einen Pulse-Tracker kaufen kann. Des Weiteren ist ja auch geplant, dass es sozusagen noch eine Art Membership für Fitnessstudios ist und und und. Klingt auf jeden Fall alles richtig, richtig cool und vielversprechend. Wäre da jetzt nicht aktuell dieses stark inflationäre Problem mit dem Token? Lass mich jetzt kurz erklären. Du kaufst dir oder leihst dir ein NFT, dann gehst du Kalorien verbrennen und bekommst dann dementsprechend den Kalorien-Token ausgeschüttet. Jedoch ist die Menge der Token, die du erhältst, abhängig von dem gesamten Tokenpreis. Was bedeutet, desto tiefer der Token fällt, desto automatisch generierst du mehr Token. Und was aktuell dazu geführt hat, dass wir so einen Teufelskreis bekommen haben, denn aktuell ist jeder immer stetig am Verkaufen, und das heißt, der Token droppt. Es werden aber damit immer mehr Tokens ausgeschüttet, die dann auch immer, immer wieder mehr verkauft werden. Das heißt, wir haben jetzt so eine ganz harte Kaskade in die Abwärtsbewegung, die jetzt gerade sehr, sehr schwer aufzuhalten ist. Das Team hat auch jetzt schon immer so Minimum-Auszahlungsbarrieren von 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 angelegt, aber auch selbst das hält gerade den Tokenpreis nicht auf, weshalb sich das Entwicklerteam gesagt hat, hey, wir sind jetzt gerade minus 85% im Token innerhalb eines Monats. Das ist wirklich insane. Wir brauchen eine Idee, wir müssen etwas ändern, und tatsächlich jetzt am 3.8., ebenfalls an dem Tag, wo auch das Walken AMA ist, gibt es auch hier ein AMA, und sie wollen eine neue Web 2.0 App vorstellen. Da bin ich auch tatsächlich sehr, sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt, denn ich meine, wir sind jetzt extra hier im Web 3.0, wir haben NFTs, wir haben Blockchain, aber sie sagen, wir bringen jetzt eine Web 2.0 App raus. Das Ganze soll aber einfach benutzerfreundlicher sein, und ich denke einfach, ja, wichtiges Ziel hier, die breite Masse schneller zu erreichen, denn sie sagen hier wirklich, wir müssen etwas ändern, denn so geht es aktuell nicht weiter. Schauen wir also nochmal kurz einen Blick auf meine Bilanz. Nachinvestiert habe ich an dieser Stelle nichts, aber meine Einnahmen sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, dafür, dass der Token so, so down ist. Meine Strategie war es natürlich in diesem Monat auch, sobald es möglich war, immer nach jedem Workout wieder auszucachen, das heißt, ich habe hier wirklich x Male ausgezahlt, da wir ja wirklich einfach diesen sehr, sehr starken Tokenfall hatten. Insgesamt habe ich damit 7.582 Token verkauft, wie gesagt, zu den jeweils verschiedenen Punkten, und habe damit immerhin 69,20 Dollar einnehmen können. Und zu guter Letzt das wohl meist bekannteste Move-to-earn-Projekt, und zwar das Projekt Steppen. Ich bin nämlich der Meinung, dass das Projekt Steppen in keinem Move-to-earn-Portfolio fehlen darf, weshalb ich jetzt auch tatsächlich nochmal mich dazu entschlossen habe, hier nochmal nachzuinvestieren. Man darf nicht vergessen, Steppen ist der Pionier im Move-to-earn und war auch das Projekt, was den ersten großen Hype für das ganze Thema halt gestartet hat. Und falls es eines Tages nochmal kommen sollte, dass hier nur ansatzweise wieder ein ähnlicher Hype starten sollte, dann möchte ich auf jeden Fall dieses Mal dabei sein, weil jeder von euch wahrscheinlich kannte dieses Gefühl, wo du genau diesen Peak verpasst hattest und du hättest gerne einen Sneaker für die günstigen Preise gekauft und nicht erst ganz oben in der Spitze, wo halt, wie gesagt, der Hype schon komplett da war, man viel zu überteuert eingestiegen ist. Und genau, das war halt einfach mein Gedanke dahinter, denn aktuell ist das Ganze sehr, sehr wieder abgeflacht. Die Wirtschaft hat sich aber meiner Meinung nach recht gut stabilisiert und ich habe für mich hier persönlich entschlossen, dass ich hier nochmal nachlege. Falls dich das Ganze noch ein bisschen detaillierter interessiert, kannst du auch gerne hier zu meinem Video auschecken. Hier erkläre ich nochmal genau warum und vor allem, welchen Schuh ich mir gekauft habe und gebe ein sehr, sehr nützliches Toolpreis, womit du auch deinen perfekten Schuh finden würdest. Werfen wir also erstmal nochmal einen Blick auf die Zahlen und schauen uns erstmal den Token an. Der GSD-Token ist in den letzten Tagen um 7,5% gedroppt, was ich eigentlich ganz in Ordnung finde, wenn man sozusagen überlegt, in was für einen schweren Zeit wir aktuell sind und damit befinden wir uns bei einem Tokenpreis von 0,0125. Ich habe tatsächlich hier nochmal 200 Dollar in die Hand genommen, damit hatte ich so ungefähr ein Budget von 950 GMT, wovon ich mir jetzt einen neuen Ankommensneaker und die passenden Jams gekauft habe. Damit verdiene ich jetzt aktuell Pi mal Daumen so 1,30 Dollar, womit ich also schlussendlich in diesem Monat 39,40 Dollar verdient habe. Ziehen wir darunter einen Bilanzstrich, sind wir bei 160,60 Dollar im Minus. Das waren also einmal alle Highlights, Infos plus die Bilanz zu den jeweiligen Moved-Earn-Projekten. Kommen wir jetzt also noch einmal zu einem abschließenden Fazit. Der Monat Juli wahrscheinlich einer der härtesten Monate für mein Move-to-Earn-Protfolio. Sehr viele Unsicherheiten in den Projekten und starker Preisabfall. Genau in diesen Momenten muss man dann einfach nochmal seine eigene Strategie hinterfragen. Hey, warum investiere ich eigentlich in diesen Projekt? Genau aus diesem Grund glaube ich in dieses Projekt. Dann sollte man sich von all diesen Dingen drumherum nicht verunsichern lassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich jetzt im nächsten Monat im August meine Einnahmen jetzt im Vergleich zum Juli entwickeln werden, da wir ja sozusagen auch nochmal ein wenig nachinvestiert haben und vor allem zwei super wichtige spannende AMAs anstehen. Das heißt, hier kann sich auch nochmal viel in den nächsten Wochen ändern. Ich möchte euch jetzt nochmal final verraten, wie viel im Juli in meine Tasche reingegangen ist, aber auch wieder raus und wie viel jetzt im Endeffekt drin geblieben ist. Also ich habe jetzt insgesamt nochmal 260,6 Dollar nachgeschossen und in den Monat 71,32 eingenommen. Kommen wir hiermit zu einer Bilanz von 189,28 Dollar für den Monat Juli. Okay, nun würde ich mich noch über einen Daumen nach oben auf diesem Video freuen. Danke für deinen Support und schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, wie sah das Ganze denn bei dir in diesem Monat aus? Ähnlich turbulent wie bei mir oder tatsächlich ganz, ganz anders? Teile das Ganze auch gerne mit uns. Wenn du mehr über mein gesamtes Move-to-Earn-Portfolio erfahren möchtest und wie viel ich in den ersten 365 Tagen mit Move-to-Earn bereits verdient habe, dann kannst du dir auf jeden Fall gerne einmal dieses Video anschauen. Ist auf jeden Fall sehr gespannt. Ansonsten bin ich an dieser Stelle raus, Freunde. Hau rein, euer Nick.